Hier seht ihr eine Suite bei Rosi an der Sonnenberg. Das ist eine schöne Suite, die wir bekommen haben. Vielen Dank, liebe Rosi. Ja, es ist super schön hier in Kitzbühel. Und wir haben einen Ausblick, den muss ich euch zeigen. Wir haben wirklich einen mega Ausblick. Das ist echt, das ist der Wahnsinn. Sofa nicht unbedingt, aber da der Ausblick. Wie weit kann man da schauen, oder? Boah, traumhaft, oder? Boah, ich krieg richtig Gänsehaut, wenn man rausschaut. Da unten ist bestimmt auch noch ein Spa-Bereich, ja? Ja, schön mit Fernseh, traumhaft schön. Schöne Bart, mega, mega toll. Ich hoffe, es gefällt euch und weitere Videos voll gern. Liebe Grüße, euer Hubert und Matthias. Bis dann, tschüss. Schön.